So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, die ich nämlich schon fast aus Versehen erledigt habe, nämlich durchsuche innerhalb von 30 Sekunden zwei Truhen. So, das werden wir natürlich gleich direkt machen, aber erstmal an die komplett Neuen hier auf dem Kanal, seid erstmal herzlich willkommen. Was gibt es zu mir zu sagen, beziehungsweise zu uns, weil ich bin ja nicht alleine, 2100 Abonnenten und wie gesagt, ich streame auch. Dann vor allem das Wichtigste für dich wird sein, ob ich dir gefalle oder etwa nicht. Nämlich, ich mache Custom Games mit Geldpreisen, aber nicht ganz normal, sondern normalerweise macht ja jeder immer in einer Runde Spielen und dann gibt es ein Preisgeld. Bei mir ist das anders, bei mir ist das quasi wie so ein Ligasystem. Wir spielen halt ein oder zwei Wochen Custom Games und wer da die meisten Siege hat, der bekommt dann das Preisgeld. Finde ich eigentlich ganz fair und so will ich natürlich auch die Leute belohnen, die ständig in den Streams dabei sind und mich wirklich supporten. Nicht die, die einmal reinkommen, sind volle Pro-Gamer und kassieren dann quasi ab. Damit du mal kurz siehst, wie ich das Ganze meine. Wir haben am Montag mit dem Ganzen angefangen und wir sehen, der erste hat drei Siege, zweite zwei und den Rest, seht ihr ja. So, dann des Weiteren gibt es bei mir auf dem Kanal Skinverlosung und nicht einfach an irgendjemanden, sondern das wird sich nämlich dann immer im Leichten zeigen. Wann mache ich das? Immer dann, wenn ich 800 V-Bucks habe. Heißt, ihr bekommt immer einen Skin aus dem Shop, aus dem aktuellen halt, der 800 V-Bucks ist. Darauf haben wir uns einfach geeinigt, weil so sind die Chancen, dass jeder mal einen Skin gewinnt, ziemlich hoch eigentlich. Weil wenn ich immer warte, bis ich 2000 V-Bucks habe, durch Rette die Welt und so, dann dauert das Ganze natürlich ein bisschen länger. Und alle, die Rette die Welt selbst spielen, wissen, 800 V-Bucks hat man eigentlich relativ schnell zusammen. So, was musst du dafür tun? Am besten wäre natürlich ein Abo dalassen, vor allem die Glocke aktivieren. Die Glocke aktivierst du aber nicht für mich, sondern im Prinzip wirklich nur für dich. Weil so siehst du halt immer die neuesten Videos, klar, aber du siehst vor allem, wann ich streame, wegen den Custom Games und den Skin Verlosungen. Also gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. Aber, eine Sache gibt es noch, aber das betrifft nur die, die einen Skin haben wollen, füge mich deiner Freundesliste hinzu. Indem du einfach YT-Family-Hack-Einträgst, dann auf Bestätigen. Und warum musst du das Ganze bitte machen? Ganz einfach, wegen den Skins halt. Ich zeige es mal ganz kurz. Ihr wisst ja, ich kann das Ganze nur als Geschenk kaufen dann für euch. Dann muss ich hier euch suchen in der Liste, den Namen eintragen. Ihr seht, hier geht das alles ohne Probleme. Aber, zum Beispiel beim Alpacino geht es leider noch nicht. Da muss ich einen Tag warten. Aber es ist noch schlimmer, man muss zwei Tage warten. Also 48 Stunden muss man miteinander befreundet sein, bevor man sich gegenseitig überhaupt irgendwas schenken kann. Ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme von Epic, dass eben keine Skins von Hackern direkt rübergeschickt werden können. So, dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein in die Aufgabe. Und ihr seht ja, es gibt schöne Skins. Also wer will, gerne meinen Creator-Code eintragen. YT-Family-Hack. Unterstützt mich natürlich, weil sonst wäre es halt auch nicht möglich, dass ich euch einfach Skins schenken kann. Oder auch die Custom-Games mit Preisgeldern und so. Also, wenn du mich so gerne unterstützen willst, gerne einen Creator-Code eintragen, ist aber natürlich keine Pflicht. So, immer gucken, ob ihr da oben steht, hier oben rechts. Oder halt, wenn ihr was kauft, mit diesem Kauf unterstützt du den und den. So, jetzt gehen wir aber wirklich rein in die Aufgabe. Genug geplappert. Das Ganze mache ich in Gruppenkeile, aber ist eigentlich relativ egal, was ihr da für Modus nehmt, weil zwei Truhen sind eigentlich in der Regel immer relativ aneinander. Also ich denke mal, wir werden es jetzt hinkriegen, sobald wir auf irgendeinem Haus landen, wir nehmen den ersten Ort auf der Route, landen auf irgendeinem Haus und ich denke mal, da werden wir schon die Truhen haben. Und wie gesagt, die erste Truhe zählt, dann müssen zwischen der Truhe und der zweiten Truhe halt weniger als 30 Sekunden liegen. Heißt quasi, wenn jetzt hier ein Baum wäre eine Truhe, dann male ich die auf, zack, 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 direkt weiter. Und hier wäre eine Truhe, dann hätte ich schon einmal die Aufgabe geschafft, wäre hier aber jetzt noch eine zweite Truhe und ich öffne die, hätte mir das Ganze schon zweimal geschafft. Weil der Abstand zwischen der zweiten und dritten Truhe auch unter 30 Sekunden liegt. Also desto mehr Truhen ihr im direkten Umfeld habt, desto schneller könnt ihr natürlich die Aufgabe lösen. So, der nächste Ort ist Lazy Lake. So, hoffen wir einfach mal, dass da jetzt keiner landet. Und wenn, hoffentlich zum Schwimmen oder keine Ahnung. Ach, wir sind ja, ach, falsche Team. Wir sind ja hier. So, hier weiß ich aber auch, wo die Kisten sind. Zack. So, die eine Kiste ist nämlich hier direkt. Zack. Auf den Loot kommt es mir jetzt auch gar nicht an. Dann runter. Noch eins runter. Baum direkt runterbauen. Und denkt dran, 30 Sekunden sind lang, also ihr müsst euch da nicht wirklich abhetzen. Wie ihr seht, schon haben wir es geschafft und ihr habt ja gesehen, wie lange ich da abgebaut habe. So, das war die eine Kiste. Dann haben wir hier noch eine. Ne, die ist als tiefer. Und selbst die würde dann noch zählen. Nur, ich habe das eben schon, wo ich die Aufgabe bekommen habe, schon... Zack. Und ja, also hier der Ort ist eigentlich echt nicht verkehrt. Einfach komplett im Haus runterbauen. Zack. Und wie ihr seht, so hätten wir die Aufgabe quasi schon direkt geschafft. Also es ist wirklich kinderleicht. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier weiter. Vor allem, ich sehe gerade, ich hätte fast die Aufgabe erledigt mit dem Holz. Weil da muss ich auch aufpassen. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr mich schon länger verfolgt oder mal rumguckt, was ich so mache. Aber, ich versuche halt wirklich, jede Aufgabe für euch zu machen. Sei es halt Tagesaufgaben oder halt normale Aufgaben. Warum mache ich das Ganze? Natürlich, ich will euch überall helfen, wo es auch nur geht. Besonders halt den kleineren Zuschauern, weil ich halt selber einen 8-jährigen Sohn habe. Und weiß selber, wie oft er mich fragt, Papa, wie geht denn die in die Aufgabe? Aus dem Grund mache ich halt das Ganze. Und ich will halt wirklich allen meinen einfach nur helfen. Und es macht mir halt selber Spaß, die Aufgaben zu machen. Und warum soll ich nicht anderen zeigen, wie ich das Ganze dann löse? So, dann gucken wir mal gerade. Gegner haben wir nämlich hier gar keine. Gucken, ob wir noch einen sehen. So, ein Kill muss ja mindestens drin sein. So, das Wichtigste ist natürlich, erstmal eine Waffe dafür zu haben. So, ein bisschen Munition. Und dann können wir eigentlich schon anfangen. Oh Gott, wir können eigentlich direkt Selbstmord machen. Weil wenn die Zone so weit weg ist, da braucht man eigentlich gar nicht überlegen, ob man es noch schafft. Weil, lol, wäre zu blöd, selber zu sterben. Und jetzt aber. Weil, wie gesagt, ein paar EP würde ich natürlich schon gerne mitnehmen. Ihr seht, ich habe immer noch Superboost-EP. Warum ich den noch habe, weiß ich selber nicht. Ob man inzwischen jetzt doch täglich irgendwie EP bekommt. Aber, müssen wir einfach mal weiterschauen. So, haben wir jetzt mal hier irgendwo einen Gegner. Gegner, wo seid ihr? Dann öffnen wir halt Kisten. Wie gesagt, hier wäre jetzt einfach ein nächstes Beispiel. Eine Kiste. Ja, ich muss hier aufpassen. Das wäre schon die zweite Kiste. Also, ihr habt gesehen, das wäre da auch schon wieder gezählt. So, haben wir hier noch direkt eine. Ah, nee. Aber die Sache, zwei Kisten findet man ohne Probleme direkt beieinander. Aber Gegner sind hier echt mangelbar. Kein einziger Gegner. Hm. Da hinten ist noch eine Kiste. Mal gucken, ob wir es da auch direkt eine finden. Ah, selbst das würde reichen. Achtung. Wir zählen jetzt mal mit. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Siebzehn. Achtzehn. Neunzehn. Zwanzig. Einundzwanzig. Zweiundzwanzig. Dreiundzwanzig. Seht ihr, selbst da hätten wir schon wieder drei Kisten gefunden. Also es ist wirklich nicht schwer. So, kriegen wir jetzt hier mal wenigstens am Loot-Trop einen? Ah, nee. Nur er hat sich die... Ah, doch, ich höre Schüsse. Von wo? Schüsse, Schüsse. Gegner. Ich bin wieder irgendwo auf dem Berg oder so. Ich habe mich da an der Rampe gesehen. Also mit Gegnern sieht es hier echt schlecht aus. Ich würde sagen, das war es eigentlich dann auch schon. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Custom Games und Skins mit Preisgeld, dann gerne ein Abo da lassen. Kostet euch hier nichts. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Wie gesagt, wenn ihr noch Auffragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Und in dem Sinne, haut rein. Und dann war denn das auch hier ein meinen Pun79. Und dannバomat und dann ganz gerne passieren. Und dann kann ich ein bisschen. Dann bin dann direkt hin. Vielen Dank.